Okroschka, russische kalte Suppe Okroschka ist eine erfrischende und leckere russische kalte Suppe, die ideal für heiße Sommertage ist. Sie besteht aus verschiedenen Gemüsesorten, frischen Kräutern, gekochten Kartoffeln und Eiern, die in einer säuerlichen Buttermilch-Senfbrühe serviert werden. Für eine vegetarische Variante kannst du die Fleischwurst weglassen oder durch Tofu ersetzen. Hier ist ein einfaches Rezept für Okroschka. Zutaten für vier Portionen 400 Gramm festkochende Kartoffeln Salz 4 Eier 2 Frühlingszwiebeln 1 halb Salatgurke 8 Radieschen 1 Bund Schnittlauch 1 Bund Dill 3 Esslöffel grober Senf 250 Gramm Schmand 1 L-Buttermilch 1 Knoblauchzehe Pfeffer Zubereitung 1. Die Kartoffeln in Salzwasser als Pellkartoffeln ca. 20 Minuten gar kochen. Abgießen und abkühlen lassen. 2. Die Eier in einem Topf mit Wasser ca. 10 Minuten hart kochen. Abgießen, abschrecken und abkühlen lassen. 3. Die Frühlingszwiebeln waschen und in feine Ringe schneiden. Die Gurke waschen und in kleine Würfel schneiden. Die Radieschen waschen, die Wurzel und die Blätter entfernen und in kleine Würfel schneiden. Den Schnittlauch und den Dill waschen, trocken schütteln und in feine Röllchen bzw. Fähnchen schneiden. 4. Die Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden. Die Eier ebenfalls pellen und in Scheiben schneiden. 5. Den Senf, den Schmand und die Buttermilch zu einer glatten Suppe verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Knoblauchzehe schälen und durch eine Presse dazu drücken. 6. Die Suppe auf 4 Teller verteilen und die Kartoffeln, die Eier, die Radieschen, die Gurke und die Frühlingszwiebeln darauf geben. Mit Schnittlauch, Dill und einer Prise frisch gemahlenem Pfeffer garnieren. Guten Appetit!